Musik Wir sind heute hier im Lindenhof und wir müssen ein bisschen leise sprechen. Es ist nämlich heute die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Goslar, Ortsfeuerwehr Goslar. Neben mir ist Udo Löbrich, er ist Ortsbrandmeister hier. Udo, es gibt heute eine Überraschung, was ist das denn? Genau, wir haben uns überlegt, wir möchten heute mal das Steigerlied singen. Wir haben uns das angeschaut bei euch auf der Internetseite, haben das viel verfolgt. Und ich bin der Meinung, das können wir auch ganz gut. Aber es ist eine Überraschung für alle Anwesenden, keiner weiß noch was davon. Sage mal, singt ihr das öfters? Gehört das irgendwie zu eurem Programm dazu? Nein, wir haben noch nie gesungen. Also für dich auch ein erstes? Ja, das ist für mich auch das erste Mal, dass ich überhaupt dieses Steigerlied singe. Aber ich finde es toll. Musstest du dann ein bisschen das Lernen auch, das Lied? Und hast du es ein bisschen drauf oder musst du auf den Zettel gucken? Ja, wir haben es einmal auf den Mima projiziert und wir haben ein paar Zettel vorbereitet für die, die nicht so ganz fit sind. Aber die ersten drei Stufen habe ich jetzt auswendig gelernt. Hervorragend, Udo. Aber für mich ist es dann auch gut, dann kann ich auch mal auf den Zettel gucken, wenn ich auch ein bisschen mitsinge. Aber ich habe dich ja schon singen gehört, das hat sich doch bei dir ganz gut angehört. Wirklich? Habe ich, habe ich gesehen. Boah. Die ganze Redaktion war auch toll. Da habe ich gedacht, heute mit 270 Leuten hört sich das vielleicht auch ganz gut an. Begleitet übrigens durch den Spielmannszug. Hervorragend. Das ist Balsam für meine Seele. Und dann gehen wir jetzt mal ganz vorsichtig wieder rein und versuchen mal gucken, wie die Überraschung ankommt. Okay, Udo? Ich bin auch gespannt. Das ist Balsam für meine Seele. 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 Das ist Balsam für meine Seele.